Ja, soweit der Faktencheck zum Thema Transformation hin zum grünen Stahl. Und in Eisenhüttenstadt hat man sich jetzt schon auf die Zukunft vorbereitet. Und zwar gibt es mitten in der Stadt ein Informationszentrum, die Stahlhütte. Dort können sich zukünftig junge Leute melden, wenn sie eine Ausbildung haben wollen bei Arsenal und Mittal in Eisenhüttenstadt. Oder wenn jemand sagt, ich möchte ja einen neuen Job haben, ich möchte jetzt umschulen, ich möchte zukünftig dann bei Arsenal und Mittal arbeiten. Und deswegen hat man hier die Stahlhütte ins Leben gerufen. Dort kann man sich tatsächlich über das Werk informieren. Da gibt es viele Möglichkeiten über Filme, über Tafeln, die man sich dort anschauen kann, durchlesen kann. Und da war auch der Hinweis vom Arbeitsdirektor von Arsenal und Mittal Eisenhüttenstadt, dass dann natürlich die Leute dort sich kundig machen können. Und da ist mal tatsächlich auch mitten in der Stadt mal ein Ort entstanden, der in der Vergangenheit nicht so gut aussah. Also dort wieder eine Belebung der Innenstadt und zwar hat sich dort Arsenal und Mittal mit der Stahlhütte, mit diesem Informationszentrum dort eingerichtet. Soweit erst einmal diese Information. Wir machen weiter im Programm.